Herzlich Willkommen bei New Super Luigi, und zwar Part 18... Nein, ich wollte nicht nochmal reden. Ja, willkommen bei Part 18. Ich wollte doch nicht da spielen, weil ich hab schon da spielen. Aber jetzt zum Bum Bum. Manchmal ist hier ein Secret-Excel, weil da geht man zu den Eisenbahn. Ja, Bum Bum, du bist echt total gespannt, ob Luigi hier bist und du willst ihn umbringen. Und ich weiß, was Bum Bum hat. Er nennt bestimmt seine Flügel, genau wie bald. So geht es. So ist passiert. Ich bekomme wieder eine Eisblume und jetzt mach die verdammt wie Trottel. Weil ich muss durch die Röhre gehen. Ja, und eine Art Wutterscheiße. Äh, die sollen runterkommen. Und noch eine, wie kann, wie lange muss ich warten? Ah, oh, schnell gehen. So hat er gut gemacht. Das ist, äh, genau. Das ist der Luigi. Nein, nicht. Hier. Ich wollte doch nicht hier gehen, weil... Ah! Das ist gar nichts. Los, los, los. Bringt erst um. Und hier ist eine Höhre. Ich glaube, das bringt mich zum Secret-Excel. Ja, da ist der letzte Star-Bread. Wohooo! Das war geil. Oh, jetzt. Genau, hier ist eine Secret-Flagge. Woho, Dittich. Luigi sagt Dittich und Mario. Woho, diesmal. Nein. Jungs, das war echt ein kluger Luigi. Was, ich hab nur mit ihm besiegt. Und warum? Wollen wir besser nicht an den Eisenbahn? Ich will den Sprüchen. So, jetzt gehen wir an den Eisenbahn. Tschutu! Ich weiß, du bist echt bereit. Am Tag. Am Mario ist am Dunkeln. Ja, und da ist das giftige Lava. Ja, der Star-Bread Nummer 1. Yay. Ich muss auf den Fächer. Hört mal, geht da um die zweite Star-Bread. Oh, da hab ich so richtig gerade gesehen. Aber es ist verdammt. Verdammt. Und auch die Mönche. Wenn du merken, wen geht das? Ja. Verzieh dich. Ja, so geht das. Man muss auch den Umbring... Ja, jetzt hab ich keine. Yay. Man muss so... Und da schreckt sie... Oh, hier ist eine riesige Piranha-Platze. Und schnell mal den Zehn. Ja, baby. Oh. 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 Genau, das war der Secret-Level. Ach, ich muss noch mal da hingehen. Wegen Bum-Bum muss ich besiegen. Genau. Oh. Ui. Fah, Frö-Rous-Mosch. Kanäle-Bohne. Ja, die sind ja ein. Oder... Sogar drei, natürlich. Jetzt geht es rüber. Pass doch mal auf, Mensch. Na, ich muss wieder so machen. Das ist ja... Auch nicht! Nein! Nein! Ja, jetzt hat er ihn umgebracht! Los! Was ist denn da? Oh, gut! Geh einmal da durch! Du musst das hören! Genau! Ja! Was ist denn da? Kein Feuerblumen? Wo ist der? Ach, hier! Da bist du ja! Jetzt bist du schnell unterwegs zum Bum-Bum! Man machen Sekunden und dann geht's los! Bum-Bum hat Bum-Bum flügt! Flügel? Das ist doch kein Vogel! Okay! Vorsichtig! Wie kann ich diesen blöden Bum-Bum besiegen? Ist doch... Sehr gut, Luigi! So geht das! Ja! Ja! Geh... Ich habe den Garten...